Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcast Wieso, Woher, Warum? Der Podcast rund um Kinderfragen. Heute habe ich wieder eine interessante Frage für dich. Dieses Mal kommt sie von Pascal, sieben Jahre alt. Pascal hat sich gefragt, warum er eine andere Augenfarbe als sein Papa hat und wieso gibt es überhaupt verschiedene Augenfarben? All das und vieles mehr erfährst du heute. Hast du dir schon mal deine Augen ganz genau angeschaut? Dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass unsere Augen aus verschiedenen Farben bestehen. Der größte Bereich unserer Augen ist weiß, quasi rund um die Farbe herum. Diesen Teil des Auges nennt man Bindehaut. Dann gibt es in der Mitte unseres Auges einen schwarzen Punkt, den nennt man Pupille. Dieser kleine schwarze Punkt kann sogar wachsen oder kleiner werden. Das liegt ganz daran, wie viel Licht gerade an deine Augen kommt. So wird die Pupille bei wenig Licht größer und wenn du in die Helligkeit schaust, wird sie kleiner. Spannend, oder? Der spannendste Teil unseres Auges ist aber wohl die Iris, die viele verschiedene Farben haben kann. Die Iris nennt man den größeren Kreis, der um deine Pupille drum herum ist. Man kann die Iris auch Regenbogenhaut nennen. Toller Name, oder? Das liegt allerdings nicht daran, dass sie so bunt ist wie ein Regenbogen, sondern eher an der Übersetzung von Iris. Das ist nämlich eigentlich ein griechisches Wort und bedeutet übersetzt Regenbogen. Schau dir deine Regenbogenhaut doch mal ganz genau an. Ist sie vielleicht grün, braun oder blau? Aber woher kommt denn diese Farbe? Das habe ich für dich mal herausgefunden. Unsere Augenfarbe wird durch sogenannte Pigmente bestimmt. Die hat jeder Mensch in seinen Augen. Du kannst dir diese Pigmente wie kleine Farbstoffe vorstellen. Ein besonderer Farbstoff ist der sogenannte Melanin. Der hat die Farbe braun. Falls du also braune Augen hast, hast du besonders viel Melanin in deinen Augen. Menschen mit wenig Melanin haben übrigens grüne Augen. Du hast recht, es gibt ja auch noch blaue Augen. Hier ist es wieder anders. Menschen, die eine blaue Augenfarbe haben, haben so gut wie kein oder nur ganz, ganz wenig Melanin. Und das ist dann so wenig, dass daraus nicht mal die Farbe grün entstehen kann. Es bleibt also farblos. Die blaue Augenfarbe ist eigentlich nur wie ein kleiner Spiegel, der das blaue Licht aus unserer Umgebung widerspiegelt. So wie du es auch vielleicht vom blauen Meer kennst oder vom blauen Himmel. Wie viel Melanin dein Körper für deine Augenfarbe produziert, hängt natürlich auch von deiner Mama und deinem Papa ab. Sie wird also quasi weitervererbt. Wenn deine Mama oder dein Papa braune Augen hat, ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass auch du braune Augen haben wirst, ganz egal welche Augenfarbe das andere Elternteil hat, da das Melanin sich häufig besser durchsetzen kann. Ich hatte übrigens als Baby auch blaue Augen, aber dann hat sich meine Augenfarbe geändert und nun sind sie grün. Wie kann das denn sein? Dieser Farbstoff Melanin, den wir gerade bereits kennengelernt haben, wird erst nach der Geburt produziert. So kann sich die Augenfarbe noch immer ändern, bis die Babys ungefähr eineinhalb Jahre alt sind. Dann steht die Augenfarbe fest und kann sich danach auch nicht mehr verändern. Was meinst du ist wohl die häufigste Augenfarbe auf der Welt? Haben mehr Menschen braune, grüne oder blaue Augen? Wie ist das denn in deiner Familie? Also die häufigste Augenfarbe der Welt ist braun. Rund 90 Prozent aller Menschen haben braune Augen. Das sind ganz schön viele. Am seltensten ist übrigens die Farbe grün. Diese Farbe haben nur rund zwei bis vier Prozent aller Menschen. Wer weiß, vielleicht hast du mit deiner Familie ja die seltene Augenfarbe grün. Vier Prozent der Gesamtbevölkerung sind ja schließlich auch eine ganze Menge, nämlich ungefähr 314 Millionen. Hast du gewusst, dass eine Pupille aber nicht immer rund ist wie bei uns? Zum Beispiel bei den Katzen. Dort ist die Pupille vertikal schlitzförmig. Das ist sehr praktisch für die Katzen, denn dadurch können sie besonders gut Dinge fokussieren, also scharf sehen, obwohl sie etwas weiter weg sind. Und es gibt sogar neben rund und der vertikal schlitzförmigen Pupille noch eine andere Art, nämlich die Querovale. Die sieht auf den ersten Blick auch rund aus, aber wenn man einem Rind zum Beispiel mal ganz genau in die Augen sieht, fällt auf, dass der Kreis nicht ganz rund ist, sondern oval. Vielen Dank für deine tolle Frage, Pascal. Wirklich toll, auf was für spannende Fragen ihr immer wieder kommt. Es war ganz schön spannend, sich mal mit einem Körperteil von uns genauer zu beschäftigen. Wenn du gerne noch weitere Fragen in diese Richtung hören möchtest, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage at gmail.com. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso, woher, warum wieder hören. Bleib neugierig! Deine Christina Deine Christina Deine Christina Deine Christina Deine Christina Deine Christina